Eine Nonne steigt in ein Taxi und will in die Stadt gefahren werden. Und während der Fortschaut, der Dachsler immer so durch ein Rückspiel. Und die Nonne fragt, wie schauen Sie denn so? Ich habe einen Traum. Ich möchte einmal von einer Nonne geküsst werden. Kann man doch machen. Aber zuerst müssen Sie mir etwas sagen. Sind Sie ledig und sind Sie katholisch? Ja, ich bin ledig und ich bin katholisch. Bleiben Sie stehen, Sie beuchtet sich noch vor. Sie küsst ihn tief und innig und fest. Und fährt es weiter. Letztlich fängt der Taxifahrer zu weinen an. Was weinen Sie denn? Ich habe gesündigt, Schwester. Ich habe Sie belogen. Ich bin verheiratet und bin gar nicht katholisch. Sagt die Nonne. Ach Gott, wir haben alle unsere kleinen Geheimnisse. Ich bin unterwegs zu einem Faschingsfest und heiß Franz.